hallo und herzlich willkommen zu diesem besonderen interview wir machen die manuela kommereck sie ist die chemische partherapeutin und ich wir machen ein interview fünf jahre danach denn die manuela die war ganz ganz nahe dabei als ich meinen kongress gemacht habe sie hat nämlich vor mir ein paar monate vor mir ihren eigenen system sag mal aufstellung kongress mit dem schwerpunkt paar beziehung ganz genau und dann hat sie mich begleitet während des kongresses und sie hat auch das interview geführt zu meinem kongress und zu meiner person und jetzt habe ich gedacht jetzt machen wir noch mal ein interview fünfeinhalb jahre danach was ist da eigentlich passiert in diesen fünfeinhalb jahren da ist einiges passiert manuela ja vielen dank dass du mich noch mal gebeten hast dich zu interviewen das ist für mich natürlich auch eine schöne zeit gewesen eine schöne erinnerung aber auch eine sehr intensive und ich denke für die menschen die hier jetzt zuhören möchten ist es auch eine gute frage am anfang was hat dich überhaupt bewogen von der bis dato offline welt in diese digitalisierungs welt zu gehen und einen kongress zu machen das war ich war ja bis 59 jährig also bis 2016 war ich ja nur also ich war technik affin aber ich war nicht in dieser online welt und das war auch nicht nicht ganz so präsent wie das heute ist das hat ja total fahrt aufgenommen und wir beide waren ja bei der ersten staffel von online kongressen das gab es vorher irgendwie gar nicht das war ganz neu in europa und wir sind da rein gesprungen wir rühmen uns als pianierinnen zu sein kann man wirklich auch für sich auf die bahn schreiben auf jeden fall es war wirklich so es wusste niemand wie das geht was ein online kongress ist und da haben wir schon ein bisschen fahrt aufgenommen und da das auch bekannt gemacht ja und dann hast du es am meisten bereut ich habe es einfach unglaublich intensiv gefunden es war unglaublich intensiv ich konnte mir nicht vorstellen als ich ende 2015 dieses programm gebucht habe diese begleitung konnte ich mir nicht vorstellen was das für eine kiste ist ja echt nicht etwa ein jahr lang hatte ich nur also fast kopfschmerzen vor lauter umdenken und technik lernen und überhaupt verstehen wieso etwas organisiert ist weil das war nicht bekannt und man musste das so total neu lernen also es war auch ziemlich anstrengend und gott sei dank hatte ich meinen mann der mich unterstützt hat weil wir haben damals im interview schon gesagt ohne dass die partnerschaft das trägt geht es nicht nein das ist das ist und das ist immer noch so also das finde ich das ist bleibend und du bist ja mehr so mit diesem schwerpunkt kommunikation unterwegs und gerade das ist ja auch etwas was sich verändert die kommunikation in diesem medium was ist für dich so der der vielleicht größte unterschied zwischen ich sitze mit den menschen bei mir oder ich erreiche digital dann also natürlich mehrere hundert im vergleich zu vielleicht ein paar wenige aber was noch in deiner kommunikation in deiner wahrnehmung das ist eine interessante frage das hat sich entwickelt auch durch corona ich hatte ja einen unterricht stopp ich durfte ich durfte nicht mehr unterrichten und für mich war von einer nacht auf den nächsten tag klar dass ich alles auf zoom umlege und das für mich kein problem ist und ich habe mich da damit auch gut durchgebracht also viele anderen konnten ihr einkommen nicht mehr generieren und das war bei mir nicht so und das was ganz interessant war ist je mehr ich dieses medium verstanden habe desto kleiner wurde der unterschied das ist etwas gab es zu verstehen weißt du es noch also ja ich weiß genau was es zu verstehen gibt ich habe mich da sehr neugierig und gleichzeitig auch vorsichtig dran gewagt weil so dass meine kurse sind ja so unterrichtet dass wir einen ganz ganz sicheren gleichwertigen und sehr getragenen raum erstellen und am anfang war meine annahme meine eigene annahme dass man das über zum nicht hinkriegt und am anfang war das auch weniger stabil bis ich gemerkt habe aha man kann tatsächlich wie im normalen kurs vor ort üben man kann man kann ganz verschiedene dinge machen mit diesem zoom und das geht alles und zum hat sich natürlich auch entwickelt in dieser zeit oder das war das war quasi damals noch steinzeit als wir unsere kongresse gemacht haben und inzwischen ist das wirklich sehr viel variabler geworden und inzwischen begleite ich auch meine online trainings also diejenigen die ich aufgenommen habe in der zwischenzeit ein kommunikations training und ein intuitions training und es ist wie in den kursen vor ort also du merkst du nicht den unterschied die menschen geben mir die gleichen feedbacks die menschen fühlen sich genau gleich getragen und das was für mich wichtig war ist dass ich innerlich dasselbe mache und nicht annehmen dass das nicht geht also deine innere haltung ist das a und o wissen wir beide ja auch aber selbst digital ist dass das wichtig also deine haltung vorher das kann ja nicht gut gehen hat dann auch für störung gesorgt das ganze internet beeinflusst und jetzt wo du eine andere haltung hast geht es an es ist wirklich total interessant und wir haben während der zeit ich hatte zweimal einen ganzen winter ein halbes jahr in denen ich die kurse auf online umlegen musste und immer im januar habe ich ein modul über eskalation und dort findet auch ein training am sonntagnachmittag ein training mit einer selbstverteidigungsexpertin statt um zu zeigen was man macht im öffentlichen raum und das haben wir immer abgesagt das hat haben wir anderthalb jahre abgesagt und dann letzten januar haben wir gesagt nein jetzt sagen wir das nicht mehr ab jetzt ist genug jetzt probieren wir das war total einfach wie ging das also es muss ja was körperliches sein oder muss was körperliches sein es war total interessant sie hat ihren mann gefragt ob er ihr zur verfügung steht damit sie diese griffe zeigen kann und dann hat sie das so in den unterricht umgelegt das ist eine total erfahrene frau macht das seit 25 jahren oder sogar noch mehr und ist dritter dann also dritter schwarzgurt in aikido also die ist total erfahren auch im unterrichten und dann hat sie das so hingekriegt dass wir einzeln zu hause diese selbstverteidigungs übungen gemacht haben und den eindruck hatten wir sind in der gruppe also hast du alles was du auch ohne ohne internet oder eben nicht digital lehren konntest auch auch digital umgesetzt hat sich trotzdem was verändert an den inhalten das was an den inhalt nicht der struktur das was total witzig ist ist dass wenn man sich vor ort trifft dann kann man so ein bisschen flüssig aus der pause kommen und auch eine halbe minute später kommen und das geht dann immer noch und wenn man im zum sitzt dann ist jede sekunde lange dann sitzen alle da und es sind immer alle pünktlich das ist auch witzig immer alle pünktlich und dann wenn jemand zu spät kommt dann sitzt man da und das ist total anders das ist auch witzig die leute sagen haben am anfang gesagt hey das ist ja auch praktisch ich muss mich weisen ich kann über mittag kurz einkaufen gehen es ist pünktlich und ich bin nachher wieder zu hause als es hatte für die leute auch ganz viele vorurteile und das ist wirklich das hat sich jetzt so dadurch dass eigentlich alle sich damit auseinandersetzen mussten hat sich das so verkündet oder hat sich das total verflüssigt also am anfang musste ich noch vielen leuten zeigen wie sie sich einloggen müssen und all das und das ist heute kein thema mehr ja das ist klar also das ist ja meine erfahrung auch dass das mit corona plötzlich alle gesagt haben ja so kenne ich das war ja vorher nicht so nein nein so um hilfe geht gar nicht und und da hast du so das gefühl dass das trotzdem was verloren geht also wenn man jetzt online offline weil es gibt ja schon noch mal den körper du arbeitest auch mit dem körper jetzt sagst du mir ja ich kann auch selbstverteidigung online weitergeben oder lehren gibt es trotzdem da auch vielleicht was was nicht geht oder wo du merkst dafür brauche ich auch die präsenz was nicht geht ist dass man einander umarmt ist das schön dass ich dich wieder sehe und alt man einander umarmt solche sachen das fehlt das ist ja also dieses kommt knuddle mich mal oder dieses wir haben jetzt zusammen geübt und jetzt möchte ich gerne umarmen also wirklich dieses ganz physische sich in den arm nehmen oder in der pause in der pause stelle ich manchmal räume zur verfügung oder aber die so diese pausen gespräche diese informellen pausen gespräche die ja auch so richtig sind die finden nicht statt okay also das ist auch wirklich meine erfahrung auch bei seminaren an denen ich teilnehme als teilnehmende dass dieses was man sonst so auch mitnimmt neue kontakte in diesen seminaren die online stattfinden nicht so einfach sind oder man stellt so breakout rooms zur verfügung okay und schauen wir noch mal auf den anfang und dann wie ging es dann für dich weiter also das ist jetzt fünf passt sechs jahre her du sagtest am anfang es hätte sich viel verändert was ist für dich so das haupt ding was so passiert ist danach vielleicht auch also das was sicher passiert ist in den zwei jahren danach ist dass ich online trainings aufgenommen habe ich war einfach ein jahr lang damit beschäftigt offen online trainings aufzunehmen also deine arbeit zu digitalisieren quasi meine arbeit zu digitalisieren und was sich auch verändert hat ich habe in diesem interview dass wir damals geführt haben das war ja da war ich zum ersten mal mit so vielen leuten aufs mal beschäftigt das waren fast 5000 leute ein bisschen drüber die da mit dabei waren und das war für mich total ungewohnt weil ich ja so bedürfnis orientiert arbeite das total komisch weil ich nicht die bedürfnisse abfragen konnte einerseits nicht direkt und auch nicht das war ganz schwierig für mich ich wusste noch nicht wie man umfragen macht und ich wusste noch nicht wie man das wie man dann gespürt kriegt dafür oder das wusste ich alles nicht und das war so ziemlich verwehrlich für mich und da habe ich natürlich inzwischen eine große sicherheit gewonnen weil ich ja immer wieder auch mit kongressen unterwegs bin und ich bin ja auch als pikerin unterwegs in etlichen kongressen und da ist also inzwischen ist es eine innere realität geworden dass wenn ich hier in die kamera schaue dass ich mit den menschen spreche und eigentlich nicht die kamera wahrnehmen sondern und das war früher anders oder da muss ich mir immer merken dass nein ich muss mir den avatar man wir haben gelernt stell dir den avatar vor das mache ich nicht mehr ich stelle mir die menschen vor oder ja ja also das ist dann aber stellst du dir 3000 5000 sonst was oder stellst du dir einzelne person von ein beides ich stelle mir einzelne und die menge vor und gleichzeitig ist das inzwischen so innerlich automatisiert dass ich mir gar nicht mehr vorstellen so also das hat ja sehr verändert so diese dieses auch dieses dastehen und auch projektionsfläche sein das ist man ja dann automatisch das braucht ja einen umgang und das habe ich einfach gelernt inzwischen und das geht gut so also das ist so dieser umgang mit mit vielen menschen die ich nicht kenne ja das ist ja wie kommst du denn an die bedürfnisse also du arbeitest mit bedürfnissen wie wie schaffst du es da so ein gefühl für zu bekommen achtest du auf die eigenen bedürfnisse in dem moment oder ist es dann doch das feedback was du bekommst über e mail oder so es ist einerseits das feedback und andererseits ist es so wie eine erfahrungswissen inzwischen was denn die leute auch interessiert oder ich habe festgestellt dass dass diese verbindung zwischen körper und sprache und was denn da unser nerven system macht und unser körper macht das sind dinge die es wird bekannter und bekannter das merke ich gut aber das sind trotzdem dinge die nicht so stark im feld sind die man nicht so gut kennt und das hat viel erkenntnisgewinn also diese verbindung der verschiedenen felder das hat einfach viel erkenntnisgewinn für die menschen und und das was ich immer wieder zurück gespiegelt bekomme ist dass ich authentisch bin dass ich einfach authentisch bin und das gibt und klar gefällt dass den leuten also ich habe es auch gern wenn man authentisch ist und und wir sind das ja auch in den kursen also da ist ja immer dieser moment von ich bin einfach so wie ich bin und so zeige ich mich auch gibt es denn auch so ängste weil es geht ja wirklich um eine sichtbarkeit vor einer im zweifel kritischen masse die vielleicht auch mit eher nicht so positiven feedback auf dich zukommt also hast du davor ans dass es sowas wie ein shitstorm geben kann denkst du das ist total interessant ich bekomme der art gutes feedback ich habe auf der plattform proven expert habe ich etwa 230 oder 250 weiß nicht genau feedbacks von verschiedensten leuten also kurse vor ort leute die mich gesehen haben sonst und das ist immer einfach ein super feedback und ich kenne es auch von den von einigen der der kongresse wo ich bei den beliebtesten war und so und dann denke ich ja es wird schon passen was du es ist ich sage er spricht eine wahrheit und da muss ich ja auch meine wahrheit sprechen oder und ich habe einfach den eindruck wenn ich frei lass ich sage einfach was ich weiß und was ich annehme was eine wahrheit sein kann und lass es ja dann frei wo es hingeht und dann kann man es nehmen oder nicht und ich denke das ist das entscheidende und das mache ich aber auch sonst im leben ja etwas mit der gleichwertigkeit zu tun oder hast du denn schon mal negative rückmeldung bekommen oder eine rückmeldung bekommen die dich vielleicht die noch nicht mal unbedingt negativ gemeint aber die bei dir was ausgelöst hat also irgendwas wo du gedacht hast wie ungerecht er hat mich nicht verstanden oder die hat was bewertet oder keine ahnung nie weil das ist ja sorge auch für menschen in die sichtbarkeit zu gehen ist ja häufig was machen die anderen dann mit meiner aussage und das ist natürlich hatte ich ursprünglich also vor dem kongress habe ich mir viel solche gedanken gemacht und habe gedacht wie macht man das und was passiert da und die erfahrung zeigt dass das ist ja immer der blick von jemand auf mich aber das ist der blick der person und die hat total die berechtigung so auf mich zu schauen okay also das macht bei dir nicht irgendwelche schwierigkeiten um das wieder einzufangen oder deine emotionen einzufangen vielleicht eine empörung oder irgendwas nein das ist etwas ich musste das natürlich lernen im laufe meines lebens weil ich war ich hatte wirklich angst vor kritik ist ich verstanden habe ich habe das dann immer persönlich genommen ist es verstanden also schon lange her aber trotzdem ich kann mich erinnern bis ich verstanden habe dass das ja dieser blick auf mich hat ja etwas zu tun mit der anderen person und wie die gestrickt ist und dann ist klar dass ein blick auf mich auch etwas beinhalten kann was für die person nicht einfach war ich habe zum beispiel ganz selten aber es kommt vor dass jemand wenn sie mit den trainings beginnen dass das dass das sowie eine innere erschütterung gibt die kommen dann später schon wieder in die trainings aber im ersten moment sagen die liefen wir alone oder ja und dann weiß ich okay jetzt ist da ein prozess im gang und die kommen normalerweise etwa nach einem jahr dann wieder in die kurse und sagen ich habe es jetzt verstanden und ich habe ich habe ja als körpertherapeutin war ich ja auch prüfungsexpertin über viele jahre und das war noch ein bisschen näher weil da habe ich die leute wirklich beurteilen müssen ich habe sagen müssen das reicht um sich selbstständig zu machen und quasi jetzt damit zu arbeiten oder es reicht nicht und da ist da war da waren die leute manchmal richtig wütend auf mich wenn ich gesagt habe das reicht nicht da habe ich aber häufig so nach vier fünf jahren briefe bekommen die gesagt haben lieber renata ich habe jetzt verstanden was du mir damals gesagt hast und ich habe auch verstanden weshalb du mir diese approbation zu diesem zeitpunkt nicht gegeben hast also diese erfahrung habe ich eben auch oder bin ich einfach da und bin präsent hast du auch schon mal irgendwie erlebt das war ein bisschen vielleicht nicht so dass das nicht so ganz das war was du wolltest was ausdrücken wollte dass du so vielleicht wie so ein fehler oder eine falsche situation da oder dich vielleicht geschehen peinlich keine ahnung wenn du dich für dein erstes video nicht schämst dann hast du zu lange gewartet was ich lernen musste war mich dauernd zu sehen in diesem video also das war etwas was ich in diesem letzten video dass wir vor fünfeinhalb jahren gedreht haben habe ich auch gesagt ich bin froh wenn ich mich jetzt mal nicht mehr sehen muss oder also das das war natürlich auch so eine angewohnheit von wie schaue ich auf mich wenn ich in diesen interviews bin und da habe ich tatsächlich auch natürlich das feedback und die berührung der menschen hat mich wirklich beruhigt das hat mir wirklich das hat mir gezeigt das ist der richtige weg und die leute waren ja während des kongresses sehr berührt also ich habe sehr berührte feedbacks bekommen und und wenn das passiert dann ist es okay dann kann ich sagen okay ich finde jetzt das nicht ganz so schön wie ich ausschaue oder irgend so das ist was anderes man dieses aussehen klar man guckt erst mal meine haare also mit der zeit bekommt das auch so ein bisschen was flüssiges und was selbstverständlich ist und das hat sich natürlich sehr verändert oder kann mich erinnern an das erste du warst die erste die ich interviewt habe für den kongress oder dann war ich noch so ganz schön angezogen und ganz gestylt und ganz aufgeregt und weil jetzt gleich die experten und das hat sich sehr verflüssigt also inzwischen ist es okay es ist halb drei setze mich hin es geht los ist viel selbstverständlichkeit und und da bin ich natürlich auch froh drum und selbstverständlich bin ich froh um diese ausdehnung weil das wirklich einfach hilft diese message rauszubringen das ist dann planst du denn weitere digitale produkte oder womöglich noch immer mehr ich bin zwischendurch bin ich ein bisschen verführt an einen kongress zu denken aber das mache ich nicht in der nächsten zeit ich habe so zwei drei leute im auge die ich anfragen möchte ob sie mir ein interview geben möchten so aber die werde ich dann integrieren in dieses kongress paket neue interviews ich habe im moment einfach keine ressourcen weil ich am schreiben bin ja jetzt in zwei büchern mit geschrieben und und ich bin eher im moment am schreiben als ein kongress veranstalten und ich finde es hat so viele kongresse dass ich also ich finde ich finde es toll ich finde das ist eine große möglichkeit um wissen anzusammeln also da hat sich schon was verselbstständigt oder und das was ich wirklich toll finde ist dass das wirklich wirklich so designt ist dass es für alle zugänglich ist finde ich einfach das finde ich was total tolles und gleichzeitig hat es immer auch den aspekt von einer balance zwischen kostenfreien produkten und produkten die bezahlt werden müssen weil ich lebe nicht von kostenfrei ich bin eine an aber ich lebe nicht davon also da brauche ich schon auch eine wertschätzung dafür diese arbeit machen ja du hast vorhin gesagt ressourcen fehlen um jetzt einen kongress zu machen was würdest du sagen falls jemand vielleicht drüber nachdenkt selber ein kongress man welche ressourcen braucht es vor allem wenn wenn man so am anfang steht und in dieser überlegung ist kongress oder nicht ich finde was es vor allem braucht ist bis also man muss das wirklich wollen ich finde man muss sich begleiten lassen ich finde man muss geld einplanen wir haben das ja noch so gelernt dass uns gesagt wurde wir können das ohne geld machen das finde ich das stimmt nicht man braucht ein team damit man nicht total tot umfällt nach dem kongress oder ja also da finde ich das braucht es man muss man muss wirklich der auch geld ressourcen zur verfügung stellen und dass da gewisse sachen auch abgeben sonst ist man viel zu ermüdet und man muss wissen was man denn raus bringen möchte man braucht eine mission man braucht nicht nur den kongress um des kongresses willen genau und ich habe ja damals den kongress gemacht es haben mir dann leute gesagt die mit marketing zu tun haben die haben gesagt ach das ist aber toll dann hast du dir eine liste gebildet also adressen gesammelt ja und ich habe die angeschaut natürlich habe ich das gemacht aber ich habe die angeschaut und habe gar nicht verstanden wovon die sprechen weil ich wollte einfach das rausbringen was ich zu sagen habe ja ja es war ein total anderer hintergrund und ich finde man muss den hintergrund haben ich habe was zu sagen und das möchte ich gerne mit der welt teilen ok ja dass das sehe ich auch und jetzt gibt es ja diesen kongress und du bist viel digitalisiert hast du mal darüber nachgedacht was damit so in zukunft passiert das ist ja jetzt so in irgendwie so so in stein gemeißelt und immer abrufbar auch in ich weiß nicht 100 jahren noch oder so hat darüber nachgedacht oder ein digitales erbe bin mir das tatsächlich manchmal am überlegen es ist ja nicht nur ein digitales erbe sondern es ist ja auch dieses wissen der präsenz kurse also das das ist eigentlich also meine firma meine gmbh das ist ja ein paket und ich bin noch ein bisschen unschlüssig aber würde ich sterben jetzt heute oder morgen dann habe ich leute die das über zumindest in die hand nehmen so aber ich bin ich bin eigentlich weißt du ich bin immer noch im aufbau ich habe das ist ja richtig bin ja 64 geworden das ist das ist pensionsalter in der schweiz oder wir müssen länger man das nicht wie so was soll ich denn machen ich kann nicht aufhören das geht nicht als ich habe ein bisschen ich muss manchmal ein bisschen verlangsamen aber das hat mit innerer realität zu tun auch und damit ich mir diesen raum gebe auch zur eigenen entwicklung und auf der anderen seite hat vor etwa zwei oder drei jahren ich lasse mir ja manchmal so horoskope lesen einfach aus neugierde und dann hat mir eine frau gesagt die mir das gemacht hat hat sie gesagt ja weißt du du bist mitten im aufbau du hast jetzt einen neuen zyklus begonnen und so etwa mit 75 80 bist du dann auf der höher und dann kannst du noch mal entscheiden ob du jetzt aufhören willst genau so ist es geplant oder das heißt wir können alle noch auf ganz viel von renata freuen und und wo hast du im moment so in deiner arbeit den schwerpunkt hast du so kannst du was sagen wenn du so über das buch schreiben nachdenkst oder wohin du so schreibst oder denkst was ist der schwerpunkt der sich noch mal deutlicher herauskristallisiert hat also rein administrativ habe ich meine schwerpunkte immer noch habe ich meinen schwerpunkt immer noch bei den präsenzseminaren also es ist immer noch das ist immer noch ein ganz wichtiges bein obwohl ich so digital bin und der schwerpunkt der sich mehr und mehr und mehr gezeigt hat ist dieses ich stehe im mittelpunkt meines lebens und von dort aus spreche ich und das ist wirklich so dieses dieses soul speeches spricht eine wahrheit das habe ich ja vor vier jahren oder fünf jahren entwickelt mal in einem retreat das ist dann zu mir gekommen das habe ich nicht so irgendwie erfunden sondern das ist wirklich das hat sich entwickelt und musste dann so sein ich habe mich ein bisschen schwer getan dass es englisch ist aber es hat sich nichts anderes gezeigt ok du hast dann aber die deutschen untertitel sprich dann genau dann geht es oder dann noch schwer auszusprechen wenn man es fehler hat dann müsstest du noch so wie schon manchmal ist es für die leute am anfang schwierig aber dann wird es flüssiger auf jeden fall hat sich das so gezeigt und es ist tatsächlich dieses sprich deine wahrheit und bringt dich in verbindung und dadurch dass du deine wahrheit sprichst bringst du auch frieden in die welt oder das sind die beiden teile ich bereit auf meinen platz zu stehen und meine wahrheit wirklich zu zeigen und bin ich bereit frieden in die welt zu bringen ja fast wäre es ein schlusswort ich möchte dich trotzdem noch bitten vielleicht magst du noch mal deinen den menschen die hier zuhören sagen was dir noch so für den adventskalender in dem ja das interview sein wird was dir da vielleicht noch wichtig ist außer frieden was natürlich ja vielleicht schon das wichtigste ist es ist natürlich das wichtigste und so ist es ja auch angelegt nicht es geht ja wirklich darum zu verstehen in diesen interviews zu verstehen wie sich körpersprache system und spiritualität wirklich zusammenfinden und dadurch dass alles einen platz hat dann auch wirklich frieden entstehen kann und das habe ich ja auf ganz ganz unterschiedliche weisen beleuchtet und das was ich einfach interessant finde ist dass obwohl die interviews jetzt fünf jahre alt sind die werden ich finde die werden auf eine art sogar aktueller wirklich nach wie vor total aktuell also die haben nichts an erkenntnis wert verloren und ich gehe auch davon aus dass das je nach momentaner stimmung oder situation oder persönlicher betroffenheit auch andere dinge gehört werden selbst wenn man es drei mal hört oder fünf mal das ist interessant ich habe leute ich lasse ihn jetzt dieses jahr das dritte mal laufen ich habe leute die haben den kongress gesehen und die haben zweimal diese adventskalender interviews angeschaut und sie haben mir geschrieben ich höre andere sachen ja genau das denke ich und man kann sich wirklich noch mal einschreiben und sagen okay ich höre mir das noch mal an vielleicht höre ich andere sachen ja okay ja dann denke ich spätestens in fünf jahren sehen wir uns hier wieder zum nächsten gespräch zwischendurch ja sowieso immer online und wichtigste frage wann sehen wir uns persönlich das erzähle ich euch noch bevor wir hier schluss machen manuela und ich wir kennen uns jetzt gute sechs jahre wir haben uns kennengelernt im sommer 2016 und da hat manuel im herbst 2016 nachdem manuela im september ihren ersten kongress gemacht hat und dann hat sie mich gefragt hast du schon ein kongress party und ich habe zuerst gedacht das ist ein kongress nein habe ich nicht ich war noch ein kongress party sein und dann waren wir sind losgeflogen es war immer so toll und wir haben einander nicht aus den augen verloren obwohl du ja ganz aus diesem online bereich weg bist die manuela macht immer noch paar beratungen per zoom und man kann auf meinem youtube kanal schauen wie sie aufstellungen dazu macht die sind super ja da habe ich aufstellungen mit der manuela gemacht und es ist einfach toll ich verlinke es unter dem unter dem video damit ihr das anschauen könnt dann natürlich auch wollte ich gar nicht drauf hinaus aber es ist die wahrheit ich bin immer noch da und berate immer noch paare ich glaube da höre ich auch nicht mit auf und wir haben uns nicht aus den augen verloren wir sehen uns regelmäßig auch wenn nur bis hier nur bis hier und wir haben uns noch nicht gesehen aber ich weiß dass manuela viel größer ist als ich aber das sieht man hier nicht also wir sind immer noch total verbunden und ich danke dir auch für diese verbundenheit und dass du jetzt dieses interview geführt hast wir bleiben in verbindung wir sagen tschüss herzlichen